hallo und herzlich willkommen zu einer sonderfolge jcb pioneer mars ja alle die das let's play verfolgt haben in der letzten zeit die werden gemerkt haben dass ich probleme hatte und zwar es geht immer wieder nicht weiter ich kann im grunde nicht alles bauen weil mir diverse sachen fehlen und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht das problem was ich die ganze zeit habe ist dass man nicht forschen kann forschen kann man nur wenn man eine forschungsstation baut und diese forschungsstation gibt es ganz einfach noch nicht das ist der grund für diese sonderfolge die nenne ich mal erklärung oder wie auch immer ich habe mich jetzt dazu entschlossen heute nicht hier weiter zu spielen sondern das let's play erst mal auf eis zu legen denn es bringt nichts weiter zu machen nur um zeit tot zu schlagen in der hoffnung dass irgendwann das update kommt deswegen ja es soll im nächsten update soll es die forschungsstation geben und es soll auch arbeiter geben das ist ja das was ich die ganze zeit immer gesagt hatte von wegen auch wäre gut von meinen arbeiter hätten der sich darum kümmert hier die was zu bauen oder zu reparieren oder wie auch immer dass man es da nicht um kümmern muss das soll kommen aber das dauert ein bisschen und von daher halte ich es eigentlich für sinnlos jetzt in der zwischenzeit weiter zu machen ja ich werde mir was überlegen und dann ab nächster woche was ich mache auf jeden fall werde ich nicht hier weiter spielen das let's play ist nicht beendet ich werde ganz einfach das mal auf eis legen in der hoffnung dass der spielstand wenn die updates kommen weiter funktioniert wenn nicht müssen wir mal von vorne anfangen dann haben wir auch die fehler die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe kann man dann vielleicht ausmerzen dann an vielen sachen habe ich mich ganz einfach zu lange aufgehalten und dazu lange hin und her gesucht obwohl die sachen offensichtlich waren also alles war nicht so toll was ich da gemacht habe und von daher würde ich das erst mal auf eis legen sorry dass ich das jetzt so aus dem stehgreif raus erzähle aber es hat ja keinen sinn jetzt hier weiter zu machen ja würde mich freuen wenn dann beim nächsten mal wieder mit dabei seit lassen daumen dann kommentar vergisst das aber nicht bis dann tschüss